Yo Leute und damit Willkommen zurück zur Super Mario Welt mit dem Flash Mit Centos, dem Sternenbezwinger Und mich auch In letzter Runde habe ich das endlich geschafft So die Sternen-Rewards zu kommen Endlich, nach 10 Versuchen oder so Achja Das Geilste Du musst am besten alles machen Eigentlich ja, ne? Weil, wegen sowas hier noch Genau Kommst du nicht hoch Nee, 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 nee Kommst du nicht hoch Fuck Du, 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 du Du, 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 du Ja, toll Kommst du nicht hoch Das ist doch einfach Machst du dein normal Ach Ach Ja, das ging eben nicht Ich habe zur Seite gedrückt außerdem Aber? Mannos Vor allem, ich wusste das noch nicht mal Du musst, du musst gleich diese World glaube ich auch aktivieren Dann kannst du, kommst du glaube ich zu der Original hin Oh nein Nein Oh doch Nein Das geile war ja, wenn du drauf gesprungen ist Warum? 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 Am Anfang Das sind was Wundervolk Sag mal Darauf Vom wiederkommen Kann doch sein, dass du zu Anfang mal ein bisschen falsch drückst Ich drück immer, also du weiss nicht, ob du Controller kennst, PS2 Ich drück statt Dreieck immer 4 Ich kenn den, ja Ich hab ne PS2 hier Nein Das war ein bisschen fail, aber naja Passiert Das mit den Bäumen ist auch gemein Yay Na, was kriegst du, was kriegst du Hey Bisher konnte ich so eigentlich grad nicht haben Warum willst du jetzt alles mitnehmen? So den Gegner Da konntest du, glaub ich, nur runter fliegen, ne Was? Wie hast du das denn geschafft? Nach einer gewissen Level Nach einer gewissen Anzahl von Punkten Kriegst du immer Leben und Leben und Leben Ach, hast du geguckt oder was? Was? Hä, das kenn ich Achso Dann geh mal erstmal in die Sternrotten Wo lande ich da? Da 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 komm ich aber so nicht weg Ne, da kommst du nur rüber Sonst geht nur, dass wir alle Sternrotten dann haben, ne Ja Dann hätten wir alles Und da war der Yoshi Ach Hallo Yoshi Ne, du kannst deine Hand nehmen Ja Ja, ich weiß Ich bin aus dem Wecker und deswegen Dann wäre der Große nämlich Wenn er frisst Wenn er frisst Ja, wenn er frisst Ich sag's ja Da ist er groß Ich sag ja, hier gibt's hier anderen Farbigen Yoshi Ja, aber nur im Stern Level Ja Wusste das auch, dass die irgendwo gibt's Gibt auch original, wo verschiedene sind Ja Aber da sind Yoshi's Ireland Das könnte ich auch so spielen, ey Das hab ich so gesuchtet Aber das nervende Babys dabei Ja Ja Ich wöre kann das so gut zu vorankommen Ja Aber jetzt schon mit so einem Geister Level Hab ich schon wieder gar keinen Bock drauf Centos Was denn? Du wolltest nur wieder cheaten, ne? Wieso? Da war ein Schlüssel Ja, ist einer Ja, hab ich doch richtig gewusst Weil im Normalausgang dann geht das ja auch nicht weiter Das ist das ja Ne Ich hab dann so Ja Ja oder nein, komm Hallo 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 Capollo Fünf Minuten gerade mal Ja klar Ja, das läuft gerade ganz gut Und schon so weit gekommen Das ist ja mal was Oh nein Ganzhaft Oh doch Wie kam man denn da oben hoch eigentlich? Ach, konnt's irgendwo zwischen gehen Zum Glück Sei froh, dass er hoch genug war ihm Ich glaub da hinten war alles auf das so hoch kam's dann Puh Puh Ach, aber mal durchrutschen Choh 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 Chah Ah Ah Ja, da muss man so ein bisschen schnell sein, ne? Ich muss da eher rennen Warum? Die haben nicht wirklich Angst, das ist das Problem Ah, das ist scheiße Ah, das ist scheiße Nein Nicht den Glitch Mario Ach schön Nicht den Glitch Mario Ja und jetzt Ne Äh Ah Ich hasse die Geister Ganz ehrlich, die Nerven Ja, sind auch nervig Kannst du auch nicht richtig weg von Ich könnte erwähnen Ja, wo komm ich da hin Da bin ich jetzt da Nächstes noch nächstes ist doch gar nicht irgendwie hin zu den anderen sternroten kommst du gar nicht so richtig hin noch special ja kein stress ich werde jetzt wo ich immer mit level fahren kann in dem level wo ich jetzt bin gut am laufen bist musst du natürlich den stern bekommen dann siehst du ja wie viele level da man bekommen kann oder ab muss den stern bekommen der muss so klar ich freue mich dass ich die ganze zeit lang rutsche aber ich glaube man springt zu früh ab aber mal zu früh springen bringt auch spaß sicherlich auf jeden fall spaß das war ja das ist ein kurzes level zurück geht das an das ding ist unten irgendwo musste füttern damit die ganze zeit dass er groß wert groß und schwarzer joshi am besten mit den klötzen unten manchmal ist das auch ganz schön knapp sicherlich spiel ja das hat gar nicht gut dass ich auch habe glaube ich auch schon mal hier nein das jetzt im kleinen zeption da war es eben schon mal nicht gut da habe ich gerade nicht drauf geachtet schlecht würde ich sagen schlecht als maul okay die erste tür nicht nehmen hello hello tschüss kompo hängt das bei dir auch gerade so ein bisschen da war ich nicht aber extrem grad glaubt wenn du fliegen kann dass wir das leben viel einfacher zurück kommen die doppelgeister schweinehunde in dem in den magam ausfangen sie mein erstes sicherlich heute ausgang war das welcher falsche ausgang ich habe gar nicht darauf geachtet was gerade war bei dir ach ich muss einen anderen ausgang in dem ding willen oder was wahrscheinlich weil er müsste ja eigentlich weiterführen sonst geht er weiter egal ich mache einfach level hier ich finde dass er viel interessanter ich hatte einen schaden aber so einen schaden ja ich habe die dreide wie ich da drin versammelt habe direkt wieder raus zu kommen habe ich gesehen deswegen macht mir das gar nichts eigentlich geht das dann nämlich auch weiter normalerweise kann sein mach mich nicht agro ding 26 ps im spiel ist klar kommst du nicht so hoch musst du mitnehmen und von anderen seite rüber oder so tipp 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 man hat doch schon gesehen dass das ein Pilz war es gibt keine punkte wenn du die frisst ich weiß aber so komm ich schnell ans level vorbei es gibt punkte ja ist egal ich hätte ich gerne punkte gegeben wenn ich sterben bekommen hätte nicht immer so eine ausdrücke hier man mich am sack nein und damit würde ich sagen bis zum ich mache es zu pavagieren tschau tschau tschüss